Liebe Zuschauer, wir haben sehr, sehr gute Nachrichten für Sie. Wir vergeben wieder einen Traumjob. Es wird ein neuer Außenreporter für die Türkei gesucht. Sie sind in und auf der ganzen Welt im Einsatz und arbeiten dort, wo du sonst deinen Urlaub verbringst. Unsere Außenreporter. Aber jetzt kommt deine Chance, um dich und dein Moderationskönnen unter Beweis zu stellen. Du bist kameraaffin, kennst dich bestens mit Social Media aus, sprichst Deutsch und Türkisch. Dann bist du in unserem Team genau richtig. Sonnenklar TV und Sun Express suchen einen neuen Außenreporter für die Türkei. Bewirb dich jetzt unter www.sonnenklar.tv slash Außenreporter. Und vielleicht sehen wir uns schon bald zum großen Casting-Finale am 12.12. Sonnige Grüße und bis zum großen Finale in Antalya. Und vielleicht bist du in ihr hier. Es war so glücklich.